Und hier können wir Social Rewards mitnehmen, weil wir müssen alles verifizieren. Dann schauen wir mal, ob wir einen Namen finden, den wir nehmen können. Schade, Roblox geht nicht. Noch irgendwas. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach komm. Test-User. Ach komm. Also wir sehen, wir können hier irgendwas eingeben, solange es noch nicht benutzt ist. Können wir es verifizieren. Auf fixen, yo Leute. Wir sehen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020